Musik Thomas, hast du auch schon die Lebkuchen in den Schaufenstern gesehen? Oh ja, nun beginnt endlich wieder die Weihnachtszeit. Darauf freue ich mich schon das ganze Jahr. Am besten gefällt mir der Nikolaustag am 6. Dezember. Das kann ich gut verstehen. Eine sehr schöne Tradition. Was gefällt dir daran so gut? Um ehrlich zu sein, finde ich das Klausentreiben am Vorabend besonders toll. Klausentreiben? Davon habe ich noch nie gehört. Ist das eine Tradition in Süddeutschland? Ja, genau. Die Gehilfen des heiligen Nikolaus sind auf der Suche nach unartigen Kindern. Die Klausen sehen sehr gefährlich aus. Sie haben große Kuhglocken und tragen Fell. Sie verfolgen die bösen Kinder mit Ruten. Da muss man sehr schnell sein. Ich bin mir nicht sicher, ob mir diese Tradition gefällt. Ich freue mich jedes Jahr am meisten auf den 24. Dezember. Genau. An diesem Tag gibt es Geschenke. Ja, auch. Meine Familie und ich stehen an diesem Tag immer sehr früh auf und schmücken den Weihnachtsbaum. Am Nachmittag besuchen uns meine Großeltern. Genauso wie bei uns. Am Abend gibt es dann immer leckeres Essen. Meistens Entenbraten. Mein Bruder und ich müssen danach in unserem Zimmer warten. Wenn wir die Glocke hören, dürfen wir in unser Wohnzimmer. Dann hat das Christkind die Geschenke gebracht. Das erzählen meine Eltern auf jeden Fall meinem kleinen Bruder. Daran glaube ich schon lange nicht mehr. Aber ich freue mich trotzdem sehr auf die Weihnachtszeit. Ich mich auch. Ich wünsche dir eine frohe Weihnachtszeit. Danke. Dir auch. Danke. Danke.